Die 5 besten zusammenklappbarer Wandschreibtische Fantasieren Sie sich aus, was Sie tun wollen, wo Sie es tun und mit wem Sie es tun wollen. Kein Problem! Dreammade bietet Ihnen ein Arbeitszimmer, das genau diesen Wunsch erfüllt. Der Wandtisch ist aus robustem Holz, hat eine Schublade und 6 Fächer. Er ist mit einer Belastbarkeit von maximal 20 kg versehen, sodass er sich perfekt für alle Arbeiten eignet. Das Design der Schreibtischplatte ist modern und zeigt Ihnen die Welt in einem neuen Licht. Genießen Sie alle Ihre Arbeiten auf einem solchen Schreibtisch. Erste Wandschrank ist una joya. Tiene una gran estructura y una muy buena pintura. La estructura es muy resistente, así que no tardara an mantenerte tranquila durante todo el día. Además, tiene una gran cantidad de espacio para guardar todo lo que necesites. Mi ha encantado el detalle de la puerta que se puede abrir desde el interior para que puedas coca lo que quieras sin tener que salir. Es una joya que seguramente pasara de moda y que se convertirá an tu favorita para el arquitecto de tu hogar. Wenn Sie einen schönen Schreibtisch für Ihr Arbeitszimmer suchen, dann ist MM Millicent der richtige Anbieter. Dieser Schreibtisch ist sehr praktisch, klein und leicht zu transportieren. Außerdem ist er zusammenklappbar, damit Sie ihn problemlos in Ihrem Arbeitszimmer aufstellen können. LMM Millicent Klapptisch es una buena Inversion. Es muy funcione y tiene mucho espacio. Está perfectamente montado en la pared y es muy práctico para usar en el Salón o el Commodore. Tiene varias funciones, como una mesa de escritorio y una superficie para escribir o leer. Además, es muy práctico para guardar objetos en el. La estructura es muy robusta y resistente, y está hecho de madera de alta calidad. Es una buena Inversion que no te quedará decepcionado. Wenn Sie Ihren Schreibtisch auf der Wand montieren wollen, ist der Zyti Faltbarer Wandschreibtisch die perfekte Wahl. Dieser Schreibtisch ist zusammenklappbar, sodass er problemlos in kleinen Räumen untergebracht werden kann. Der Schreibtisch ist mit einem schwebenden Design ausgestattet, sodass er sich perfekt in jedes Arbeitszimmer einfügt. Er ist auch in zwei Größen erhältlich. Afe Pocco mi compre este Zyti Faltbarer Wandschreibtisch Mi encanta Es perfecto para mi pequeño escritorio en el que puedo poner mis cosas y está comoda. Es bastante ligero y comodo, y me permite estar junto a la ventana. La velocidad de envío FUE perfecta, incluso mi llego antes de lo que mi habían dicho. Todo perfecto. Streicht Euch einmal die Hand voll Schnee von den Schultern. Dann folgt die Küchentür mit dem neuen Wandbehang Aufbewahrungstisch. Schreibtisch Laptop Ständer Zusammenklappbarer Wandschreibtisch Schreibtisch Büro Tisch Balkon Aufbewahrungsregal Massiv Holz Multi Size Optional Farbe Holzfarbe Dieser Schreibtisch ist genau das, was Ihr Euch wünscht. Die Schreibtischplatte ist aus massiver Holzkiste und kann auf einem Stativ oder auch auf einem Wandschrank montiert werden. Die Schubladen bieten Platz für all Eure Schreibtisch-Utensilien. Die Wandhalterung ist in drei verschiedenen Höhen verfügbar. Die Holzfarbe ist ein schöner Kontrast zu den weißen Wend. Ist es un magnífico Wandschreibtisch que es perfekto para ahora espacio an tu oficina o Büro. Tiene una gran estantería en el centro, que puedes usar para almacenar tus documentos, o incluso para colocar tus cosas de moda. Además, es muy ligero y se puede mover fácilmente. Es una buena opción para quien busca una buena forma de ahora espacio. Küche, Esszimmer, Wohnzimmer Die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause steht hier in der Lea CU Wandschreibtisch-Zusammenklappbar. Das Möbelstück ist in blau erhältlich und passt perfekt in jedes Esszimmer, Haus- oder Küchezimmer. Der Wandschreibtisch ist wunderschön und praktisch zugleich. So können Sie schnell und einfach Ihre Unterlagen auf dem Tisch verstauen. Der Schreibtisch ist zusammenklappbar, sodass Sie ihn in jedem Raum nutzen können. Wie comprado este Möbel para mi hijo, y lo estoy encantando. Es muy práctico, especialmente para el trabajo en la cocina. Tiene muchos bancos para acomodar todo, así que no tendrás problemas para organizar todo lo que necesites. La estructura es muy robusta, y el color es prezioso. Lo recomiendo totalmente. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. 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 Wir sehen uns im nächsten Video.